Der SC Fürstenfeldbruck ist ein Fußballverein aus dem oberbayerischen Fürstenfeldbruck, dessen erste Mannschaft momentan in der Landesliga Bayern Südwest spielt. Neben Fußball gibt es im Verein auch die Abteilungen Badminton und Tischtennis. Geschichte Der erste Herrenmannschaft spielte insgesamt 16 Jahre in der Fußball-Bayern-Liga von 1971 bis 1977, 1980 bis 1982, 1985 bis 1988 und zuletzt von 2002 bis 2007. Die besten Platzierungen erreichte der Verein jeweils nach seinen Aufstiegsjahren. In seiner Debütsaison 1971, 72 wurde er Tabellen 8, 1980, 1981 als Aufsteiger sogar Dritter der Abschlusstabelle und die Spielzeit 2002-03 beendete man auf dem 5. Rang. Aufgrund der Regionalliga-Reform, durch die unter anderem die Bayern Liga 2 geteilt wurde, gelang dem SC Fürstenfeldbruck in der Saison 2011-12 erneut der Aufstieg in die Bayern Liga Süd aus, der er jedoch gleich wieder abstieg. Erfolge 1970, 71. Meister der Landesliga Süd 1979, 80. Meister der Landesliga Süd 1980, 81. Teilnahme am DFB-Pokal 1983, 84. Bayerischer Hallenmeister 1984, 85. Meister der Landesliga Süd 1998, 99. Bayerischer Hallenmeister 2001, 02. Meister der Landesliga Süd Berühmte Spieler Wilhelm Bierowka, Georg Metzger, Thomas Miller, Torsten Schulz 2019, 70. Meister der Landesliga Süd Badener Untertitelung des ZDF, 2020